Herzlich willkommen meine lieben Freunde. Sechs Wochen habe ich nun die PS Portal und ich denke, dass genug Zeit und vor allem genug Spielstunden vergangen sind, um euch heute mitzuteilen, was ich von dem Gerät halte. Welche Schwächen hat das Gerät, welche Stärken hat das Gerät und vor allem, wer von euch soll sich die PS Portal kaufen? Lasst uns gerne über alle wichtigen Punkte reden. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Fangen wir mit der Haptik an. Ich habe schon damals bei meinem Unboxing gesagt, dass sich dieses Gerät einfach verdammt gut anfühlt und verdammt gut in der Hand liegt. Wenn ihr selber schon mal den PS5 Controller in der Hand hattet, dann wisst ihr tatsächlich genau, was ich meine. Denn die PS Portal ist in dem Sinne nichts anderes als ein PS5 Controller, der in der Mitte durchgeschnitten wurde, ein Display dazwischen gepackt wurde und beide Seiten wieder dran gepackt wurden. Das heißt, ihr habt hier genau das gleiche Feeling, als wenn ihr mit dem originalen PS5 Controller spielt. Das heißt, ihr habt natürlich auch all die Vorteile des PS5 Controllers. Also das heißt einmal die Lichtleisten, die hier an den Seiten her laufen und vor allen Dingen habt ihr natürlich auch die adaptiven Trigger. Und das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei der PS Portal. Wenn ihr God of War spielt, wenn ihr Spider-Man 2 spielt oder was auch immer, dann habt ihr bei der Portal, bei den hinteren Triggern exakt das gleiche tolle Gefühl, als wenn ihr mit dem originalen PS5 Controller spielt. Und das macht die Portal natürlich, wenn wir die Alternativen später mal betrachten, einzigartig und ist ein ganz, ganz großer Punkt für die Portal. Genauso das Gewicht, das Gerät ist super leicht. Bei meinem Unboxing habe ich euch damals schon gesagt, dass sich das anfühlt, als wenn ich zu alten Zeiten einen Laptop in die Hand genommen hätte, bei dem der Akku fehlt. Und genauso fühlt sich die Portal an. Sie ist super leicht und natürlich sehr viel leichter als beispielsweise ein Steam Deck oder ein Lenovo Legion Go. Und das macht sich natürlich auch beim Spielen bemerkbar. Das heißt, wenn ihr lange Zeit spielt, ist das kein Problem. Das geringe Gewicht mit diesem super ergonomischen Controller sorgt dafür, dass auch nach 2, 3, 4 Stunden Spielzeit die Portal sehr, sehr gut in der Hand liegt. Und auch hier muss ich natürlich sagen, dass das dann ein ganz großer Vorteil eben für die Portal ist. Und was zusätzlich eine super Funktion ist, ist, dass ihr den Controller der Portal als zweiten PS5 Controller benutzen könnt und das Bild dann auch auf dem Bildschirm seht. Das heißt, wenn ihr irgendein Couch-Koop-Multiplayer-Spiel, FC24, was auch immer miteinander spielt, kann der eine Spieler den originalen PS5 Controller und der andere Spieler die Portal nehmen. Bedeutet, das ist besonders in meinem Fall sehr, sehr gut, da ich aktuell nur einen originalen PS5 Controller habe und daher eben nicht zu zweit FC24 spielen konnte. Mit der Portal spare ich mir das Geld für einen zweiten Controller. Was natürlich im Vergleich mit dem originalen PS5 Controller so ein bisschen hinten ansteht, ist das Touchpad, welches wir hier auf dem Controller haben. Das lässt sich hier bei der PS Portal nicht platzieren. Das heißt, das hat Sony in dem Sinne gelöst, dass wir in dem Bereich und in dem Bereich, also in beiden Seitenbereichen des Displays, wenn die Portal an ist, per Touch das Display bedienen können und dadurch eben das Touchpad des PS5 Controllers simuliert wird. Aber letztendlich, wenn ihr ein Spiel habt, welches wirklich sehr stark eben auf das Touchpad ausgelegt ist, beispielsweise Astros Playroom, lässt sich das mit dem originalen PS5 Controller tacken, besser steuern. Aber ich bin ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wie man es bei der PS Portal anders lösen könnte. Von daher, dass es überhaupt implementiert wurde, ist natürlich richtig und wichtig, denn viele Spiele wie beispielsweise Astros Playroom würden eben ohne Touchpad gar nicht funktionieren. Und von daher habt das einfach im Hinterkopf, dass ihr das Touchpad hier per Touchscreen auf eurem Display bedienen könnt. Von daher muss ich sagen, dass generell die Verarbeitungsqualität der Portal wirklich sehr, sehr gut ist. Ich habe auch im Internet so gut wie keine Berichte gelesen von Usern, die sich darüber beschwert haben, dass irgendwelche Knöpfe beispielsweise nicht funktionieren, dass irgendwelche Sticks nicht richtig funktionieren, dass beispielsweise das Steuerkreuz keinen richtigen Druckpunkt hat. Also hier gibt es sehr, sehr wenig Berichte, sodass ich sagen muss, hier scheint Sony wirklich eine gute Qualitätssicherung zu haben. Wenn ich mal das neue Steam Deck OLED nehme, da hatte ich ja selber bei meinem ersten Gerät Probleme damit und ich habe auch von vielen anderen Usern gelesen, eben dass beispielsweise das Steuerkreuz nicht richtig funktioniert, dass die Trigger-Metallene Geräusche machen. Und das haben wir bei der Portal nicht. Von daher Verarbeitungsqualität, generelles Handling der Portal wirklich top und ist für mich auch konkurrenzlos. Wenn ich die Portal beispielsweise mit dem Steam Deck vergleiche und ihr wisst, dass ich das Steam Deck vom Handling her absolut perfekt finde, muss ich aber sagen, dass die Portal einfach nochmal einen Ticken besser in der Hand liegt, eben durch den Controller und das geringe Gewicht. Und dann haben wir natürlich noch die Anschlüsse, welche an der Portal dran sind. Auf der oberen Seite, das hatte ich euch ja auch in meinem Unboxing gezeigt, ist nicht besonders viel. Das heißt, da ist der Anschaltknopf, dort ist lauter und leiser und dort ist der Knopf für PS Link, wenn ihr also eure Sony-Headsets mit der Portal verknüpfen wollt. Auf der Unterseite haben wir nur den USB-Anschluss, um das Gerät zu laden und einen Klinkenstecker, falls ihr euren Kopfhörer per Kabel anschließen wollt. Da kommen wir gleich nochmal zu. Das ist ein ganz, ganz großer Kritikpunkt, der von vielen Leuten angesprochen wurde. Aber das war es letztendlich mit den Anschlüssen, die wir haben. Hier ist definitiv nichts Unnötiges verbaut, einfach damit wir einmal gesprochen haben, was ihr hier an welchen Seiten findet. Und was ich ja gerade angesprochen habe, ist eben der Button für PS Link, beziehungsweise, dass ihr eure Kopfhörer per Kabel anschließen wollt. Das ist ein ganz, ganz großer Kritikpunkt, den es auch schon vorher gab, nämlich die PS Portal unterstützt kein Bluetooth. Das heißt, wenn ihr eure Kopfhörer gerne per Bluetooth anschließen wollt, habt ihr keine Chance, könnt ihr das von Werk aus nicht machen. Sony begründet das damit, dass sie sagen, dass sie so wenig Störfrequenzen wie möglich haben wollen. Und dadurch, dass Bluetooth wegfällt, kann man einfach eine optimale Streaming-Qualität liefern. Ob das wirklich der Fall ist oder nicht, da reden wir gleich natürlich noch im Streaming-Part drüber. Aber es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, wie ihr doch noch Bluetooth nachrüsten könnt. Ich habe euch ein Video erstellt, welches ich euch sehr gerne verlinke und dort zeige ich euch, dass ihr die Möglichkeit habt, einen kleinen Bluetooth-Sender nachzurüsten. Ganz wichtig, es gibt Empfänger und Sender, einen Bluetooth-Empfänger. Den hatte ich mir erst bestellt, weil ich nicht richtig gelesen habe. Macht natürlich keinen Sinn. Das heißt, ihr braucht einen Sender oder ein Gerät, welches beides kann. Dann haben wir hier einen Klinken-Adapter. Der kommt hier rein und das Gerät packt ihr dann letztendlich unten in den Klinken-Anschluss, sodass ihr von hinten seht, dass hier ein zusätzliches Gerät dran ist. Je nachdem, wie ihr das haltet, seht ihr das Gerät. Und ich habe schon gesagt, würde ich es jetzt so vor mir halten, sehe ich unten so einen minimalen kleinen Überschuss von dem Gerät. Aber in der Regel spiele ich so, dass ich meine Portal auf meinen Beinen liegen habe und dann sehe ich in der Regel nichts von dem Gerät. Dadurch könnt ihr dann problemlos eure Kopfhörer eben mit der PS Portal verbinden. So ein Gerät kostet vielleicht 10, 15 Euro, aber dass Sony das letztendlich nicht von Werk aus bietet. Ich nehme es Sony nicht ab, dass sie sagen, dass das einfach nur aufgrund der Streaming-Qualität ist, sondern ich gehe davon aus, dass sie ihre beiden eigenen Kopfhörer, die eben PS Link unterstützen, eben dadurch promoten wollen und sagen, hey, wenn ihr kabellos Musik hören wollt oder euren Sound hören wollt, dann kauft unsere Geräte, denn damit funktioniert es trotz fehlendem Bluetooth. Und dann ist natürlich noch die Frage, wie lange hält der Akku? Denn wenn ihr nur etwas streamt und eben nicht native darauf ausführt, müsste das doch eigentlich super lange laufen, denn beispielsweise bei dem Steam Deck OLED bekommen wir per Streaming locker 6-7 Stunden hin, oder? Nein, tatsächlich nicht. Ich bekomme in der Regel, sagen wir mal im Schnitt, gute 4 Stunden hin. Würde ich jetzt Astros Playroom spielen, wäre es signifikant weniger, denn die adaptiven Trigger, beziehungsweise diese ganzen Funktionen des PS5-Controllers saugen auch beim Controller wirklich ganz stark am Akku. Und das heißt, dort habt ihr auch, wenn ihr Astros Playroom spielt, sehr viel weniger Akkulaufzeit, als wenn ihr jetzt beispielsweise irgendein Spiel spielt, welches gar nicht von den adaptiven Triggern Gebrauch macht. Von daher, 4 Stunden ist der Durchschnitt, habe ich ein Spiel mit viel Unterstützung der adaptiven Trigger, dann geht es eher in Richtung 3 Stunden, werden die adaptiven Trigger gar nicht gebraucht, weil ich beispielsweise irgendein PS4-Spiel ohne Unterstützung spiele, dann bin ich vielleicht bei 4,5 Stunden. Das ist für mich vollkommen okay, definitiv, weil länger als diese Zeit spiele ich sowieso nicht am Stück und dann kann ich einfach nachts die Portal aufladen, aber ich weiß, dass manche Leute sich sicherlich eine längere Akkulaufzeit wünschen und auch wenn wir das beispielsweise mit dem Logitech G-Cloud vergleichen, dort haben wir auch eine wirklich signifikant höhere Akkulaufzeit und das ist halt auch ein Streaming-Gerät. Aber ich versuche es aus dem Blickwinkel zu sehen, wäre hier ein größerer Akku eingebaut, dann wäre das Gewicht ein wenig höher, dann wäre vielleicht der Bildschirm ein wenig dicker und von daher versuche ich es mir wahrscheinlich ein bisschen schön zu reden, aber geht mal von 4 Stunden Akkulaufzeit aus, das sollte im Schnitt gut passen. Und dann haben wir natürlich den größten Part, über den wir sprechen müssen, Hardware-mäßig und zwar das Display, welches eben zwischen diesen beiden Controllern ist und natürlich ja schon fast das Herzstück der Portal ist. Wir haben hier ein 8 Zoll Display verbaut mit einer Auflösung von 1080p, also Full HD mit bis zu 60 Frames pro Sekunde und es ist kein OLED-Display, aber trotzdem muss ich sagen, ich bin von diesem Display absolut begeistert. Es sieht wunderbar aus, die Farben sind wirklich toll und Full HD auf dieser Größe sieht wirklich fantastisch aus. Und ich vergleiche es gerne wieder einmal mit dem Steam Deck, denn das OLED Steam Deck unterstützt beispielsweise auch HDR beim PS5 Streaming, das habt ihr hierbei nicht, aber trotzdem gefällt mir dieses Display im Gesamten wirklich extrem gut, sodass ich sagen muss, dass dieses Gesamtwerk der Hardware, wenn ich wirklich die Controller plus das Display plus das Gewicht mit einberechne, sagen muss, das ist für mich von meinen Handhelds, die ich besitze oder die ich bereits in der Hand hatte, definitiv das mit Abstand schönste Gerät, welches sich am längsten in der Hand halten kann, welches sich am besten bedienen lässt, welches am leichtesten ist und welches auch wirklich fantastisch aussieht durch das Display. Von daher definitiv eine Empfehlung für die Hardware. Aber die schönste Hardware bringt ja nichts, wenn der wichtigste Part, nämlich das Streaming, vielleicht nicht ganz so gut funktioniert, oder? Aber auch hier muss ich sagen, sprechen wir gleich drüber, denn zwei, drei Punkte müssen wir vorher noch ganz kurz besprechen. In vielen Reviews in Deutschland wurde gesagt, dass die Portal nicht mit mobiler Datennutzung funktioniert. Das heißt, wenn ihr einen Hotspot auf eurem Handy errichtet, die Portal mit dem Hotspot verbindet und euch dann mit der PS5 verbinden wollt, funktioniert es nicht. Berichte aus den USA sagten jedoch, nee, nee, das funktioniert, das ist gar kein Problem. Und ich kann euch sagen, out of the box funktioniert es bei fast allen Usern in Deutschland nicht. Aber das ist halt keine Sache von Sony, sondern das liegt einfach daran, dass wir hier bei uns in Deutschland noch zwei, drei Dinge erledigen müssen, eben bevor es läuft. Ganz wichtig ist, dass wir Ports freischalten müssen. Ich habe ein Video dazu gemacht mit super vielen Kommentaren von euch, denn ihr müsst natürlich bedenken, dass jeder Router und jeder Mobilfunkanbieter unterschiedlich ist. Von daher gibt es halt nicht diese eine Lösung, die wirklich für 100% der User passt. Aber sehr, sehr viele, sagen wir auch mal, Sonderfälle sind auch in den Kommentaren beschrieben. Das heißt, wenn ihr euch dieses Video anschaut, dann werdet ihr garantiert eine Lösung dafür finden, sodass ihr dann auch per mobilem Datennetzwerk eben auf eure PS5 mit der Portal zugreifen könnt. Und von daher macht das Gerät natürlich noch sehr viel mehr Sinn. Denn wenn ich nur zu Hause spielen kann, mag das für sehr, sehr viele User wirklich ausreichend sein und gut sein. Ich bin beispielsweise so ein User, aber wenn ich dann bei den Schwiegereltern bin oder wenn ich in einem Park bin oder wenn ich sonst wo bin und einfach mal mit meiner PS5 spielen möchte, dann erwarte ich natürlich schon, dass es funktioniert. Und ich sage es noch einmal ganz deutlich, das funktioniert, aber ihr müsst zwei, drei Schritte erledigen. Von daher schaut euch das Video an und danach wird es auch bei euch funktionieren. Und was ich Sony auch positiv anrechnen muss, ist, dass sie die Portal auch mit Updates versorgen. Wir haben jetzt, wenn wir mal von dem Day One Update direkt am ersten Tag nach der Installation absehen, zwei Updates von Sony spendiert bekommen. Dort schon einfach nur dabei, dass die Stabilität verbessert wurde. Das heißt, ich habe dazu Videos gemacht, könnt ihr euch anschauen. Ich habe persönlich nichts bemerkt durch die Updates, aber Sony arbeitet dran. Das heißt, wir können auch in Zukunft natürlich erwarten, dass Funktionen eventuell verbessert werden. Gehen wir beispielsweise mal davon aus, dass ihr eure PS Plus Spiele per Cloud streamen möchtet, also die halt nicht nativ installiert sind auf eurer PS5. Kann sein, dass das irgendwann nachgerüstet wird. Wir wissen es nicht, aber das ist definitiv gut, dass es schon zwei Updates von Sony gab. Und sollte es dort in Zukunft weitere Updates geben, dann wisst ihr, dann installieren wir das auf meiner Portal gemeinsam, schauen uns an, ob sich was geändert hat, ob wir was bei der Streaming-Qualität feststellen, dass sich was verbessert oder verschlechtert hat, sodass ihr wisst, ob sich ein Update lohnt oder nicht. Und was definitiv ebenfalls ein positiver Punkt ist, ist, dass die Verbindung mit der PS5 super leicht herzustellen ist. Da ist es egal, ob ihr zu Hause im gleichen Netzwerk seid, ob ihr bei Freunden in einem anderen WLAN-Netzwerk seid. Ihr verbindet euch wirklich super schnell, super leicht mit eurer PS Portal. Wenn wir da mal wieder auf die Alternativen schauen, Legion Go oder Steam Deck, da klappt das im gleichen Netzwerk ebenfalls sehr leicht. Aber sobald ihr in einem anderen WLAN-Netzwerk seid, kann das schon mal ein bisschen schwieriger sein. Da müsst ihr schauen, wie ist die IP von eurem Netzwerk zu Hause, müsst ihr hinterlegen, sodass ihr dann die Verbindung aufbauen könnt. Das habt ihr bei der PS Portal nicht. Also die Einfachheit der Verbindung und auch wie schnell sich die Verbindung aufbaut, auch hier hat die Portal definitiv die Nase vorn. Das heißt, aktuell höre ich sehr, sehr positiv, wenn wir jetzt mal diese Bluetooth-Problematik ausklammern, eben von der Portal. Die Hardware gefällt mir unglaublich gut. Es lässt sich unglaublich leicht mit der PS5 verbinden. Es werden regelmäßig Updates nachgeliefert. Aber jetzt sage ich es noch einmal, das beste Gesamtpaket bringt ja nichts, wenn das Streaming selber nicht funktioniert, oder? Und zu dem Punkt kommen wir tatsächlich jetzt. Als ich meine PS Portal installiert habe, das initiale Day-One-Update installiert habe und dann die PS Portal gestartet habe, habe ich mir gedacht, oh, das funktioniert nicht so gut. Denn ich hatte Mini-Ruckler drin, auch wirklich spürbare Mini-Ruckler. Nicht nur etwas Subjektives, sondern ich habe tatsächlich gemerkt, okay, jetzt hat es wieder ein bisschen geruckelt und jetzt hat es wieder ein bisschen geruckelt. Es gibt ein Maßnahmenpaket, nenne ich das mal gerne, welches ihr durchführen könnt, eben um diese ganzen Ruckler zu beseitigen. Auch dazu habe ich ein Video gemacht, welches ich euch jetzt verlinke. Und der wichtigste Part ist tatsächlich, dass ihr eure PS Portal nach dem ersten Update einmal zurücksetzt. Das Update bleibt natürlich drauf, aber ihr seht in den Kommentaren, dass fast jeder User geschrieben hat, hey, nach dem Zurücksetzen läuft die Portal sehr, sehr viel besser. Vielen, vielen Dank. Und das müsst ihr machen. Wenn ihr das nicht gemacht habt, setzt eure Portal zurück. Und ich kann euch versprechen, dass danach das Streaming sehr, sehr viel weniger von diesen Mini-Lags bietet. Dann gibt es, wie gesagt, noch ein paar weitere Punkte. Es kommt auch darauf an, ob die PS5 per Kabel oder per Wi-Fi verbunden ist. Ob ihr zu Hause ein 5 GHz Netzwerk habt oder 2,4 GHz. Falls ihr 2,4 habt, stellt unbedingt auf 5 GHz um. Zusätzlich könnt ihr auch nachschauen, ob auf eurem WLAN-Kanal generell viel gefunkt wird. Die meisten Router bieten da so ein internes Diagnose-Tool an. Also schaut mal nach. Nicht, dass da irgendwie noch 10 Nachbarn auf dem gleichen Kanal unterwegs sind. Das heißt, da gerne mal den Kanal wechseln, sodass ihr so wenig Geräte wie möglich eben auf diesem Kanal habt. Und dann gab es noch ein paar zusätzliche Sachen, wie HDR ausstellen oder die Herzzahl runterstellen oder vielleicht auch mal ein HDMI-Kabel abziehen. Wobei die meisten von euch gesagt haben, nee, das ist eigentlich nicht so wirklich zielführend. Das bringt nichts. Wie gesagt, schaut euch gerne das Video an. Dort bespreche ich alle Punkte bis auf diesen Punkt eben mit dem WLAN-Kanal. Dass ihr schaut, ob dort viel los ist oder nicht. Führt das alles einmal durch. Und vor allen Dingen setzt eure Portal einmal zurück. Dann läuft es wirklich definitiv besser. Und was ganz, ganz wichtig ist für die Streaming-Qualität, wenn ihr zu Hause im gleichen Netzwerk seid, ist euer Internet-Speed so gut wie egal. Ich habe so viele Kommentare von euch bekommen, in denen es heißt, hey, ich habe eine 250er-Leitung, aber es ruckelt. Ich habe Artefakte und die Auflösung ist schlecht. Was kann ich machen? Komplett offline könnt ihr euch nicht mit der PS5 verbinden. Das heißt, es gibt einen Handshake mit dem Sony-Server, sodass ihr online sein müsst. Aber die Streaming-Qualität im gleichen Netzwerk hängt einfach davon ab, wie gut euer WiFi zu Hause ist. Das heißt, ist die PS5 per Kabel oder per WiFi verbunden? Ist sie weit weg vom Router oder eben vom Repeater? Genauso bei der PS Portal. Seid ihr weit weg vom Repeater? Habt ihr ein schlechtes WLAN-Signal? Ja, nein, das sind Punkte, die ganz wichtig sind. Und von daher, wenn ihr zu Hause euer WiFi optimiert und wenn ihr euch darum kümmert, dass ihr wirklich ein gutes WiFi zu Hause habt, dann funktioniert das auch definitiv besser. Schaut nicht auf eure Internetverbindung. Ich weiß, dass Sony auf der Internetseite schreibt, wir brauchen so und so viel Mbit eben für gutes Streaming. Das ist aber nur dafür wichtig, wenn ihr in einem anderen WLAN-Netzwerk, beispielsweise bei der Oma oder bei der Schwiegermutter seid, oder wenn ihr per mobilen Daten verbunden seid. Aber noch einmal in aller Deutlichkeit, für euer Streaming zu Hause zählt einfach nur, wie gut euer WiFi-Signal bzw. euer WiFi generell zu Hause aufgebaut ist. Und wenn ihr das alles optimiert habt und wenn ihr dann mit eurer Portal spielt, dann solltet ihr merken, dass das ein wirklich tolles, schönes Spieleerlebnis ist. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich nur meine Portal hätte, hätte ich gesagt, ja, das ist wirklich schon sehr gut. Mein Problem, was ich so ein bisschen habe, ist, dass die Spiele zwar mit voller Frame-Zahl laufen, es sich aber nicht so anfühlt. Und das habe ich auch schon damals gesagt. Es fühlt sich an, als ob die Frames runtergehen auf 30, 35, 40 Frames, man das aber nicht sieht. Also das heißt, ihr habt eine Art Mini-Input-Lag, ihr drückt eine Taste, aber das wird nicht genau in der Millisekunde registriert, sondern ihr habt da eine kleine Mini-Verzögerung, die man nicht wirklich sehen kann, aber man spürt diese Verbindung. Das heißt, es fühlt sich nicht so an, als ob die Spiele wirklich nativ auf eurer Portal installiert wären. Wie gesagt, es ist ein verdammt gutes Streaming, aber wenn ihr einmal Alternativen gesehen habt, dann wird euch das nicht mehr zu 100% gefallen. Und bei den Alternativen spreche ich beispielsweise über das Steam Deck, egal ob LCD oder OLED, dort gibt es eine App namens Chiaki4Deck. Oder ich rede über das Legion Go, über das ROG Ally, also Windows-basierte Handhelds. Auch dort gibt es die App Chiaki. Und wenn ihr das installiert, und ich habe, wie gesagt, ein Video dazu gemacht, eben wie ihr Chiaki auf dem Steam Deck und auch wie ihr Chiaki auf dem Legion Go und damit auch auf allen Windows-basierten Handhelds installieren könnt. Und wenn ihr das gemacht habt, fühlt sich das auf diesen Handhelds tatsächlich an, als wenn es nativ installiert wäre. Und das ist tatsächlich mein großes Problem. Wenn ich auf meinem Steam Deck einen Spider-Man spiele oder einen God of War spiele und danach das gleiche Spiel auf meiner Portal spiele, merke ich einfach bei dem Spiel auf meiner Portal, dass es nicht zu 100% sich so anfühlt, als wenn das Spiel nativ installiert ist. Und daher spiele ich zu Hause im gleichen Netzwerk tatsächlich in aller Regel mit meinem Steam Deck und eben nicht mit der Portal. Sobald ich in einem anderen Netzwerk bin oder mich per mobilen Daten verbinden möchte, sieht das Ganze anders aus. Das funktioniert auch mit dem Steam Deck, auch mit den mobilen Daten. Auch dazu habe ich ein Video gemacht. Ich packe euch einfach die komplette Portal-Playlist am Ende des Videos einmal als Registerkarte hin. Dann könnt ihr da draufklicken und euch mal die Videos anschauen. Aber es ist halt nicht so einfach. Dort muss ich in einem Skript dann die IP von meinem Zuhause eingeben, eben damit sich das Steam Deck mit der PS5 verbinden kann. Das fällt bei der Portal weg. Bei der Portal ist das sehr viel einfacher. Und von daher ist die Portal mein Begleiter, wenn ich eben außerhalb meines Netzwerkes mit meiner PS5 Remote spielen möchte. Zusätzlich kommt natürlich noch hinzu, dass das OLED Steam Deck seit Chiaki vor Deck 1.5 auch HDR unterstützt. Und es sieht einfach verdammt gut aus, wenn ihr auf so einem Handheld mit HDR PS5 Spiele streamt. Wie gesagt, versteht mich nicht falsch, bei der PS Portal sieht es auch absolut toll aus. Ich finde die Farben super, aber das ist halt nochmal so ein kleiner Punkt, der mehr in Richtung Steam Deck geht, wenn ich jetzt von zu Hause mit meiner Portal spielen möchte. Ich muss aber auch sagen, dass es Ausnahmen von dieser Regel gibt, dass ich eben nicht zu Hause auf meine Portal zugreife. Und das ist, wenn ich Spiele spiele, bei denen es eben nicht auf dieses letzte Quäntchen, okay, jetzt muss es sich wirklich komplett nativ installiert anfühlen, ankommt. Und da rede ich beispielsweise über einen Baldur's Gate oder andere Spiele, die eben nicht so dynamisch und schnell laufen. Bei denen es eben ja einfach egal ist, dass es eben nicht zu 100% ein perfektes Streaming ist, sondern sagen wir mal zu 95%. Von daher ein Baldur's Gate würde ich immer mit meiner Portal spielen, einfach aus dem Grunde, weil sich die Portal einfach besser anfühlt in der Hand. Und ihr wisst, wie sehr ich meinen Steam Deck liebe. Aber das Ding hier ist einfach nochmal so ein kleines bisschen besser, ja, von der Haptik her und vor allen Dingen auch vom Gewicht. Aber es gibt natürlich noch eine andere Alternative, denn wenn ihr eine PS5 habt, habt ihr automatisch einen PS5 Controller. Und ich bin mir super sicher, dass ihr auch ein Handy habt oder beispielsweise ein Tablet habt, sodass ihr problemlos die offizielle Remote App eben auf euer Handy oder Tablet laden könnt, euch dann mit eurem PS5 Controller verbinden könnt und dann eigentlich schon in dem Sinne eine PS Portal habt, sodass ihr keinen Cent extra ausgeben müsst. Für mich ist das keine wirkliche Alternative, denn wenn ich Remote spielen möchte, hänge ich in der Regel auf der Couch so halb liegend. Und da wäre es für mich schwierig, hier den Bildschirm irgendwie zu platzieren und gleichzeitig noch den Controller in der Hand zu haben. Und von daher brauche ich ein Gerät, bei dem einfach Bildschirm und Controller eine Einheit bieten. Aber ich weiß, für viele Leute von euch ist das definitiv eine Alternative. Von daher, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, probiert das gerne mal aus, damit ihr auch einfach ein Gefühl dafür bekommt, eben wie dieses PS5 Streaming generell für euch ist. Und dann ist natürlich die abschließende Frage, lohnt sich der Kaufpreis von 220 Euro für die Portal? Und ja, zum aktuellen Zeitpunkt ist das Gerät fast überall ausverkauft. Von daher tut mir den Gefallen und kauft es nicht überteuert bei irgendwelchen Scalpern, sondern wartet, bis es irgendwo wieder im Bestand ist. Es fällt mir relativ schwer, eine Kaufempfehlung für die Portal abzugeben, denn wenn ich keinen Handheld hätte, also ich hätte kein Steam Deck oder ich hätte kein Legion Go oder ein ähnliches Gerät, dann wäre die Portal definitiv für mich interessant, wenn es mir einfach nur darum geht, PS5-Spiele zu streamen. Denn das kann das Gerät, was anderes kann das Gerät nicht. Ihr könnt darauf kein Netflix gucken, ihr könnt darauf kein YouTube gucken, ihr könnt darauf out of the box erstmal nichts anderes machen, als PS5 zu streamen. Von daher, wenn ich nur das als Ziel habe, dann lohnt sich das definitiv. Denn die Alternativen, beispielsweise ein Steam Deck, ein Legion Go oder was auch immer, die sind einfach teurer. Dann müsst ihr euch aber auch die Frage stellen, ist es nicht auch für mich eine Alternative zu sagen, okay, ich spiele jetzt einfach mit meinem Smartphone oder mit meinem Tablet. Und auch wenn ihr da sagt, nein, ich möchte unbedingt eine Einheit haben, das ist für mich wichtig, ja, dann rückt natürlich die Portal mehr in greifbare Nähe. Aber dann überlegt euch bitte, macht es eventuell Sinn, ein wenig mehr Geld auszugeben, je nach Modell. Ich weiß, das Top-OLED-Modell vom Steam Deck kostet natürlich um einiges mehr. Aber wenn ihr euch zum Beispiel ein älteres LCD-Modell, welches ja von der Leistung her fast identisch ist zum OLED-Modell, wenn ihr euch das holen würdet, dann müsst ihr nicht so viel Geld drauflegen. Und dann habt ihr halt die komplette Steam-Bibliothek, die ihr theoretisch auch auf dem Steam Deck spielen könnt. Mit ein paar Ausnahmen, ich weiß. Aber ihr könnt dann auch Spiele auf dem Steam Deck emulieren. Ihr habt gleichzeitig einen kompletten Linux-Rechner, den ihr an einen Monitor anschließen könnt. Aber es gibt halt super viele Anwendungsgebiete, die ihr mit einem Steam Deck oder anderen Handhelds habt, die ihr eben mit der Portal nicht habt. Und von daher ist die Frage, was wollt ihr, wenn es euch einzig und allein ums PS5-Streaming geht und ihr nicht mehr Funktionen braucht, aber trotzdem ein Gerät als Einheit haben wollt, dann kauft euch die Portal. Sie ist wirklich toll. Falls ihr ein wenig mehr Anwendungsgebiete haben wollt, dann würde ich definitiv sagen, kauft euch nicht die Portal. Und der allerwichtigste Punkt, und das ist halt ein Punkt, bei dem es mir schon fast schwerfällt, das so zu sagen, aber das Hauptfeature der Portal, das Streaming, kann sie nicht perfekt. Andere Geräte, dessen Hauptfeature es eben nicht ist, PS5 zu streamen, können das besser. Und von daher, wenn ihr mehr Sachen machen wollt, kauft euch ein anderes Gerät. Ansonsten holt euch die PS Portal. Und wie gesagt, habt ihr die Alternative a la Chiaki noch nicht gesehen, wisst ihr nicht, wie sich das Streaming auf diesen Geräten anfühlt, sondern habt ihr in dem Sinne nur die Portal als Vergleich, kann ich euch sagen, werdet ihr mit großer Wahrscheinlichkeit sehr zufrieden sein und werdet sagen, das reicht mir völlig aus, das ist das, was ich möchte. Mehr brauche ich nicht. Meine lieben Freunde, das ist meine Meinung, nach sechs Wochen PS Portal, werde ich meine Portal verkaufen, unter gar keinen Umständen. Dafür liegt sie zu gut in der Hand. Dafür kann ich einfach zu leicht auf meine PS5 von außerhalb meines Netzwerkes zugreifen. Aber ich werde tatsächlich höchstwahrscheinlich mit anderen Geräten mehr PS5 streamen als mit meiner Portal. Und trotzdem liebe ich für viele Punkte meine Portal, aber eben nicht für alle Punkte. Lasst mir gerne eure Meinung da. Sagt mir, was ihr von dem Gerät haltet. Ich weiß, es wird super kontrovers diskutiert. Es gibt Leute von euch, die schwören auf dieses Gerät. Es gibt Leute von euch, die sagen, das ist der größte Technik-Schrott des kompletten Jahres. Es gibt Leute, die sagen, ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Von daher ab in die Kommentare, damit ich freue mich da auf eine rege Diskussion mit euch. Und von daher würde ich sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.